Musik Herzlich Willkommen meine lieben Freunde Wir haben hier wieder eine volle Hütte Ein 5er Premade auf der 5.5 Wir haben abwechselnde Wahl gespielt Gebannt wurde ein Malfight Ein Trash und so weiter und so fort Weil das Spiel, das wir davor gespielt haben Das war so schlecht, das kann ich euch gar nicht zumuten Und da war mal wieder so ein Trash Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen Trash einfach OP Ja, ich bin der Nuno Der Curtis spielt Als Swain in der Mitte Ja, nachdem der mich im letzten 3 gegen 3 So angekotzt hat Ha Dann machst du mal genauso gut Der Maso ist auch mit dabei Als Tristana auf der Botlane Hallo Der Julian ist auch dabei Als Jenna Support Achso Und der Lupus ist als OP Darius auf der Toplane Ja, Abend Gut, Donor Orbit Ähm 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 Ja Äh, wie ihr schon gesehen habt Gegner-Team hat ein Gragas in der Mitte Eine Fiora im Jungle Irea auf der Toplane Betterner for Irea Ähm Tariq als Support Und ein Ezreal als ADC Ja Also wenn ich mir die Teams jetzt so anschaue Dann würde ich sagen Jetzt sieht es ein bisschen besser für uns aus, oder? Es ist ausgeglichener als vorher Naja Naja Ich weiß nicht Also ich glaube irgendwie hängt hier jetzt alles vom Swain ab Weil Der ist irgendwie so der einzigste, der richtig so im Team hier was Also so AOE Damage macht Was ist mit Darius? Ja was macht der? Der dreht sich einmal im Kreis Dann war es das für ihn Ja, und dann öffnet er jeden und der Teamfight ist vorbei Ja dazu muss es aber erstmal kommen und um das zu schaffen muss erstmal Damage kommen, weißt? Und dafür ist halt erst der Ende Wir haben ein bisschen zu viel Leben verloren Ich finde es sehr schön, dass du den Gragas ein bisschen pokest Danke Bitte Der Jedi kennt den Weg Ich habe meine Barrier jetzt halt schon raus Ist doch halb so schlimm Was denn? Nur drei lachen? Also erst mal drei Minuten safe spielen DUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMD ok heilig hat auch das lange nur ja dauert es lang hier mit nun und überleckt mich am sachen wo Woop war Gangnam Style. Holps. Also ich habe mir jetzt vorher hier, ich habe noch nie nur im Jungle gespielt. Ich habe mir hier so ein Bild angeschaut und frage mich warum man da Healpots kauft. Weil irgendwie finde ich, dass man das nicht braucht. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das ist für nur nur Smites Jungle gedacht. So. Also mit den Healpots. Weil mit Smites, da hast du die Buffs tot, bevor die dir heiltes Leben ziehen können. Ich nehme mal kurz den Ripper Warden. Da lässt er sich vergessen. Haben die auch den Ripper Warden, weißt du das? Ähm. Ich habe noch nicht das Ding gesehen. Kann aber sein, dass er als er gerade auf die Länge gekommen ist, dort gewordert hat. Dann versuche ich mal einen Lane-Gank. Ja. Aber ich glaube killen werden wir doch nichts können mit dem Level hier. Ne. Achso, äh. Ach ne, das war nur der 1-Minuten-Mord, den er da pliziert hat. Das will ich auch hoffen für dich. Ne, ne. Ich denke mal, wenn er seinen Keks hat, wird er auch den 1-Minuten-Mord haben. Das glaube ich auch. Und meinst du, hier geht noch mal was, Masu? Ähm. Dann... ...warte ich Pusher ein bisschen. Na, dann wird es glaube ich nur noch schlimmer, oder? Und sie auch am Anschauen. Hä? Welchen geht denn da gleich von alleine? Da draußen ist ein Teil. Wupp. Ich glaube, hier geht echt nichts. Ne. Aua. Na gut, nichts getroffen. Äh, Kragas Flash ist raus. Ich glaube, der geht jetzt auch weg. Läuft es in der Mitte bei dir? Ja. War super nice. Ich habe innerhalb von 1-Minute-3 seiner Healpods rausbekommen. Wupp. Wupp. Ah, jetzt geh doch mal weg, du Fliege, du Blöde. Hartnäckiges Missvieh haben wir hier. Ja, gerade hast du es weggegangen. Und da ist er wieder. Der alte Fettsack, der alte. Masu, erste persönliche Einschätzung auf der Bot-Line. So gut. Okay. Dann hoffe ich, dass du das auch machst. Okay, Kragas fehlt. Hm. Ich glaube, der kriegt... Ach ne, da ist er wieder. Hat, glaube ich, gewordet. Ich glaube, der kriegt ne Diät verpasst. Der hatte ein Wort dabei, hat er auf der Bot platziert. Also Bot-Busch von der Mitte. Fiora war auch gerade hier, oder? Das weiß ich nicht. Sie war gerade da, ich habe sie gesehen auf der Card. Okay. Ich sehe keinen Unfug hier. Hm, good job. Nice. Tja. Oh, da kommt's denn, Digga. Digga. Ja. Und ich glaube, ich werde gerade verrecken ein bisschen. Oh, 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 oh. Hermanna? Ne, ne, doch nicht, doch nicht. Kalt Salam. Ja. Ne, ich kann mal base, ne? Wir hätten hier mein Gulen gemacht, ja. War dir das, ne? Was? Ne, die haben glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Heiland, zack, noch mal hier. Ja. Evelia, Teleport down. Lachen wir die nicht, gar nicht. Werdet ihr ihn gar nicht mögen. Okay, die will jetzt anschein' ganz schön pushen. Ja, wenn du mal nicht da bist, würde ich auch pushen wollen. Okay, jetzt ist der Level 6. Komm, Sven, willst du nen Blue Buff? Ja, gerne. Komm ran hier. Ja, gleich da. Abgeworden. Danke. Bitteschön, ich wollte eigentlich grad B gehen, aber nur für dich. Wie ich da geblieben hab gedacht. Der Sven braucht einen kleinen Vorteil. Der Sven, der braucht das, weißt? Der braucht das ganz dringend. Naja, bisher hab ich mein Ölchen nicht mal gebraucht. Na, dann benutze mal. Okay. Evelia, Mist, keine Ahnung, wo die ist. Und das auch was ist. Dein Leben wieder auf ist. Ja, aber steht auch wieder. Ich glaub, der kriegt auch nen Blue. Und ich hatte recht. So, Leute. Ich hab jetzt meine Ulti. Jetzt würde ich vorschlagen, auf der Botlane immer schön pink worden, dass ich vorbeikommen kann. Dann lockt ihr irgendwas irgendwo hin. Und dann hocke ich da schon mit meinem Ulti im Busch. Und dann ist alles... Alles easy peasy. Also der Team Egg ist von dem auf jeden Fall nicht geworden. Gut, im Tri-Bash ist jetzt der Mord von Taric. So ein Arsch. Mhm, aber ich hab noch den Code, also wenn du kommen willst. Nene, dann lass mal. Lass auch noch. Das wäre, glaub ich, Verschwendung. Wuff. Gut. Da wird noch getroffen. Okay. Äh, was machst du da? Der Gragas benutzt sein Dash, mit dem er ausweichen kann, lieber um in die Minions reinzuspringen. Ah ja, super nice. Ich hab nichts dagegen. Da kannst du schön down machen. Ja, wir wissen, dass es da draußen kalt ist. Topless. So, Leute. Ich hab, glaub ich, noch nirgendwo gegangt, oder? Wurde mal Zeit, oder? Ich glaub, du hattest das mal auf der Botlane versucht. Und da stand ich immer nur drum rum. Ja. Ja. Hat EXP geklaut. Ah, guck mal, hier ist, äh, Fiora. Fiora kommt auf die Toplane. Kommt gleich hin. Lass uns die Code kratzen. Ah. Lane lassen. Oh, lol. Alter, wie schlecht ist denn die? Ist hier geworden, dass die sieht, dass wir, dass sie hier auch kommen, oder was? Wo ist die hingelaufen? Nach oben. Nein. Achso. Schade, ich dachte, die wär vielleicht in unseren Jungle gerannt. Äh, Krala steht wieder. Entschuldigung, dass ich's zu spät sag. Und da ist er wieder. Der wollte auch Fiora helfen. Mhm. Mhm. Ja, ihr pusht immer sowas. Was soll ich denn machen? Vielleicht. Ich würd mal gern in der Mitte hier Party Hard machen, aber... Oh. Äh, top. Top, kein Blödsinn. Ich wusste es. Ich wusste, dass du Blödsinn warst. Oh, der Wesen kennt ihn geht. Ja, wo ist jetzt die Mitte? Kragas, du fetter Sack, du fetter. Ja, jetzt hat er sich verpisst. Hat Angst vor dir. Meinst du, der wusste? Ja. Ich bin mir sicher, der wusste, dass... Äh, bin ich... Äh, ja. Ähm, okay. Ne, das war Kragas. Jo. Ach so, der hat auch telefoniert? Ja. Dafür hat er keine knallt. Und dafür töte ich ihn jetzt. Ich muss leider gleich meine Ulti ein bisschen wasten. Guck, guck, stell mal die Botlane an. Ähm. Werde Kragas vielleicht mal so freundlich... ... hierher zu kommen, um zu sterben? Oh! Oh! Den gekriegt er, oder? Ja. Sehr gut. Ich hätte lieber Kragas getötet. Unten es ist gekriegt. Auch fehlt. Oh, weg, 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 weg. Mach keinen Blödsinn. Ich hab keinen Mana. Mana, Mana. Guckt zu. Ah, jetzt bin ich auch verreckt wegen euch. Meine Güte. Ach, der entfiehlt sich doch noch ein bisschen jetzt. Das ist, wenn du mit deiner Ulti so lange rumrennst, dann hätte ich auch keinen Mana. Hallo, helft ihm doch mal, Jenna, Jenna, Jenna! Ich hab keinen Mana. Ist doch egal, ein Wirbelwind. Der kann doch überleben, hallo. Oh. Ja, das war total für'n Arsch, ey. Egal. Jetzt kann ich endlich einkaufen gehen, 2500-300 Gold. Alter, das ist ein Tanki. Oh, GG, geil. Da war auch noch Irelia. Support lane lost. Ne, ich bin jemand, der guckt eigentlich nie auf die Karte. Ja. Als Support-Fische-Schal. Gibt mir ähnlich. Ja. Das müsste brüllen, wenn ich irgendwas machen soll. Ich spiel am besten nie Soraka. Ja, Soraka muss nur links auf die Anzeige gucken. Ja, das macht er denn auch nicht. Ja, das macht er denn auch nicht. Ja, noch welche Lane muss auf die Mese. Nein. Du weißt, klar. Gagas fehlt in der Mitte immer noch. Ich glaub, äh, der und Irelia haben Lane getauscht. Oh Gott. Oder... Ne, Irelia wollte nur durchlaufen, um wieder auf die Top zu kommen. Ja, das wär ja für'n Arsch mit Ignite auf der Top-Lane rumhoppen. Ich bin dabei! Nein! Die haben beide keine Ignite, die haben beide Teleport. What the fuck? Die ist euch da angelaufen kaum, ey. Ja, was wollt ihr? Wollt ihr mich tordiefen? Ja, bitte macht. Gagas fehlt wieder. Ja, Darius, du musstest hier regnen, ja. Hm? Ja, super. Jetzt bin ich noch viel mehr Cripp als ich. Das ist doch scheiße. Oh fuck. Mir fällt grad was ein. Ich hab noch ne Pizza im Ofen. Was? Ja. Wie lang hängt die da schon? Ungefähr... 10 Minuten bevor das Spiel angefangen hat. Ich bin gleich wieder da. Okay. Die... Die ist um einiges durch. Ja, ich glaub, der ist... Da ist jemand im... Wegen unser Jungle. Ich glaub, die Pizza ist schwarz. Ach, hier ist geworden. Super. Warum sagt mir das keiner? Hallo? Ja, aber weil wir es nicht wissen. Weil immer die Langspush ist. Weil sie da... Hm, weil wir es nicht wissen. Weil wir auf die Botlane kommt, ja. Weil wir auf die Botlane, äh... Ich geh mal kurz den Riggenwoden. Der Kragas. Kragas ist hier unten. Der ist... Der sieht... Der sieht mich in Ordnung. Lass, 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 trappen, lass, trappen. Kragas fehlt wieder. Und ich bin wieder da. Warte, ich gucke mal, ob die den Riggen gemacht haben. Warte, ich gucke mal, ob die den Riggen gemacht haben. Mh, ne, ne, doch nicht. Dum, 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 dum. Kragas kommt, aber, oder? Kragas macht mich nicht. Nee Kragas kommt... Ne, Kragas kommt wieder mit. Oh, da kommt der wieder. Jetzt hab ich auf die Map geguckt. Hallo, wo bist du? Ich will doch nur dein Freund sein. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Da ist der Fettsack. Das war mein Freund. Wie machst du keinen Damage an ihn? Ja, und dann kommt Fiora. Du stellst dich nicht vor, mich um die Dings abzufangen. Oh, sorry. Noch mehr Ultis, maybe? Ja, die Ulti war jetzt mal Ultra Waze. Ich mag Fiora nicht. Die hat so'n scheiß Timing. Ich will kurz den Wohr zerstören. Wenn du jetzt weg gehst, stirbst du und ich sterbe mir. Wenn du jetzt weg gehst, stirbst du und ich sterbe mir. Kurz einfach. Wenn du nicht. Ein Hit noch. Lass es doch einfach. Ist doch unnötig in dem Moment. At this moment. At this moment. Mist. Sway, möchtest du deinen Blue-Buff abholen? Ne, den kannst du haben. Ich glaub, du kannst den auch gut brauchen. Kein Schild oder so? Ach, der ist ja gar nicht da. Ich hab den Krieg gegeben, wo die Terry gestunnt hat. Auch schön. Der hat nun mal 10 Sekunden Cooldown. Äh, top, pass auf. Ne, der kommt bot. Der Gragas. Oh ja. Der dürfte aber keine Ulti haben. Auf keinen Fall. Aha. Er hat grad Ulti gefündet. Ja, ich hab's gesehen. Was für Cooldown hat der? Gering. Zu wenig. Okay. Ich glaub 70 Sekunden oder so. Okay. Ich muss Gragas öfter spielen, dann lerne ich das auch. Und jetzt machen die einen Dragon. Der Fettzeug macht den Dragon. Also, Swayne, im richtigen Moment bitte. Nenu, gehst du Solaris oder ich? Ich versuch's. Ich hab's heute auch schon geschafft mit deinem Niederlieb. Jetzt! Halt. Ja, Smite. Und meine W ging irgendwie nicht über die Wand, obwohl es im Radius war. Ah, Gott, wer das holt. Falls ihr ein Zuschauer weiß, warum meine W nicht über die Wand ging, könnt ihr's mir gern sagen. Was für eine W? Ja, die W von Swayne, dieser, ähm, hier, Snare. Weil, weil den wahrscheinlich zu weit gesetzt ist. Nein, der war genau im Radius. Irelia, Instawash, Warmox. Das ging nicht, obwohl der genau im Radius war. Ui, schöner Damage. Kacke. Der war einfach scheiße. Da kommt wer. Da kommt wer. Da kommt wer. Der Teleport. Hallo. Kann, wenn du so weitermachst, ne? Warum ist Gragas überall, aber nicht in der Mitte? Sollte, ja. Ja, das kann. Holt sich Assists und sagt, fuck you. Ah, das war ja mal gut. Das fand ich ja mal gut, ja. Jetzt sterb doch. Ah, es will, du Arsch, du blöder, du verdammter, du. Ihr, ihr braucht so lang, um einen, einen Tarik zu töten. Ist ja hübsch. Ich war alleine. Dann komm doch wieder Teleport. Ich hab die Fiora von euch fern gehalten. Die wollte auch grad runter gehen. Nice, Jenna. Schöner Versuch, aber der Babe nie bist aber auch. Ich bleib leben, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Nein. Fuck. Ah, der Assuit bleibt auf jeden Fall im Leben. Der letzte Auto-Attack, Mann. Das war, der war ja mal... ...unfeinste. Flash, wanzig. Double Teleport-Bot. Er hat doch grad geflasht. Ein Fail geflasht. Jetzt kommt Swain. Pass auf, dich kriegen die auch noch tot. Er macht einen Triple Kill. Fuck. Das ist bezweifelig stark. Kein Mana mehr, ich verpassen mich. Okay, zwei Kills rausgeholt. Das war's wert. Der Supporter darf sich den Ward da abholen. Nur noch einen Hüt. Oh. Ähm. Ich komm dann nochmal zurück. Der Jedi. Das war die... Rehjault. Da bin ich gestunnt. Und tot. Nice. Nütze. Oh, Mana. Mana. Na. Oh, ich bin mal weg. Jetzt ist der Kragas natürlich in der Mitte. Positioning. Wenn ich nicht da bin. Und der kriegt natürlich direkt meinen Tower Down. Der muss halt gucken, bevor du irgendwo rumharrst. Äh, wie es... Wie gerade die Lage ist mit... ...dem Minions zusammen. Der war ja selber gerade auf der Bot Lane, als ich da runter gegangen bin. Na, deine Minions waren halt gerade scheiße. Da war ja auch schon mal wieder raus. Und das ist ja einfach mal rein. Und das ist ja auch ein... Ich wusste, wir müssen ja nicht in die Mitte ja auch einfach mal rein. Ich wusste, wir müssen ja auch... Ich hab' ich sagen. Ich hab' noch die Punkte ja auch noch mal rein. Oh, wir müssen ja auch noch ein bisschen... Das wär sauräubig. Kannst du mal AD Carry nur probieren. Das wird nicht funktionieren. Kragas fehlt schon wieder, weil er nicht gegen mich kämpfen möchte. Und dafür ist Fiora hier. Toll. Oh. Sorry. Bad Damage. Oh. Oh. Kein H-Bahn. Schreiber für mich. Ich hab vom Stong-Gelangst ein bisschen unterschätzt. Was? Ich habe gerade den Kill auszulegen mit dem Stoke im KS Willst du Diven? Na jetzt schon, wenn der Masse da ist Irgendwie wusste ich, dass da jetzt eine SW-Ultie kommt Weg jetzt hier Der SW ist gleich da Brauchst du da Hilfe? Hallo! Ich habe einen Glue! Seit wann habe ich einen Glue? Seit dem Teamfighter gerade wahrscheinlich Okay! Dann hat mir Kragas den gegeben Finde ich nett von ihm Ich finde die E von Nunu voll geil Und da hat er seinen Glue wieder, weil er teleport hat Holy shit Oh, die sind ja alle in der Mitte Dicke Sache Dicke Sache Dario ist in Action So muss ich ein bisschen weiterlaufen und dann ist alles easy peasy Ja, das ist schön, wie er da immer fightet Aber manche Leute müssen hier einen Jungle machen, weißt So, jetzt macht meine E Ähm Um die 400 Schaden Und einmal kurz zack Also im SW würde es jetzt auf jeden Fall wehtun Das ist doch schön Ähm Ist es in Ordnung, wenn ich mir einen Blue hole? Das ist aber sicher Danke Danke Sie wollen Dragon machen Danke Danke für nichts Danke für nichts Bude kommen jetzt alle Ja, dann kommen wir auch und bringen Dario's mit Lass uns die Kohle kratzen! Ich habe einen Blue-Buff gemacht und was Daraus gemacht hat, weiß ich nicht. Also das war einmal nichts. Alter, wieso hat er den Minion nicht mehr aufgeflossen? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Schöner Wirbelstorm, General. Bitte? Schöner Wirbelwind, habe ich gesagt. Achso. Ja, so blöd ist es tot. Oh, warum? Warum? Wieso nur? Wieso? Oh, oh. Und wird zurückgespringen, oder? Nein! Geil, Mann, er fünscht. Oh, guck mal, der Esse war zu blöd für seine Q. Oh! Er überlebt! Aber wird gerecht. Von Motherfucking Nuno. Oh ja. Danke! Digga, komm her. Das finde ich nett von dir geholfen, den Esprit zu erwischen. Natürlich noch. Da er springt. Ja, war klar. Schade. Hab keinen Flash ready. Komm her! Du Arsch! Ne, das ist mir halt, das ist mir nix. Du kannst es ja mal versuchen. Wenn ich ihn erwischt hab. Wenn ich ihn erwischt hab. Diese hässlichen Geister blocken so blöd. Da oben ist noch der Eswill. Den will ich töten. Und der muss sterben. Mit deinem Leben? Das glaub ich nicht. Ich glaub das ist ein Solari, ne? Neben der. Ach, das ist ja keiner mehr. Ja. Mir auch reicht. Guck wie das dem weh tut. Guck wie das dem weh tut. Nice. Ed only? Ja, klar. Wieso hat der den Minion jetzt schon wieder nicht gefressen, ey? Du so ne Kacke, ja. Ich hab kein Mana. Ich kann nicht wirklich helfen. Ja, dann renne jetzt weg. Du holst es ja nur da. Noch mehr Ulti, noch mehr Fähigkeiten, Neu. Wir sind satt, der Linker und Kommmere. Diese hässliche Erleia. Ach, das ist bei Rhea. Egal, die ist so oder so OP. Naja, wer dann auf Rhea, ja. Wer hat den Spruch nur gefunden? Keine Ahnung. Hier, die Community. Das ist mir klar, aber wer? Weil der gehört erschossen. Ich glaube, der ist schon tot. Hahaha. Top, top. Wie die immer ihre alle ihre Möglichkeiten zum Pushen benutzt, deshalb ist die auch Level 17, weil die immer nur pushen. Tötet die bitte. Oh. Ich hab nicht gepoßt, dass du jetzt eine Ulti zündest. Ja, ich muss ja wohl zünden, oder? Äh, die haben Siren Pink Warden. Das ist ja ersinnend aus, die Ulti. Dann wissen die jetzt, dass wir hier... Ja, wissen sie. Vogel. Irgendwie leck ich gerade ein bisschen, hab ich das Gefühl. Alter, hier ist der ganze Jungle. Hier kann mich nur nirgendwo aufschlassen, ey. Was soll das? Was ist dieser Vogel? Ja. Der schreit dir an und die sterben. Voll direkt. Jetzt darf er erst will er anschreien. Und die bleiben auch noch in der Range. Ich verstehe es nicht. Wie groß ist denn die Range? Nicht sehr groß. Oh, Masu sieht schlecht für dich aus. Äh, hier. Mal sehen, ob der schlau genug ist, rauszulaufen. Nö. Einfach stehen bleiben. Da kommt aber auch ein Schaden nochmal. Ja, dann fokust mich wieder. Wo ist eigentlich scheißegal. Also ich glaub, Irea, äh, sollte man noch 10 km dann meiden. Das war ja der Autotech auf dem S-Rail, der war aber noch. Also... Ja, die musste sein. Ich war zwar nur missklick, weil ich wegrennen wollte, aber egal. Das musste sein. Oh, wir kommen da echt nie weg, ey. Ja, dann müsst ihr euch halt entscheiden, ob ihr jetzt kämpft oder nicht. Ja, weil wir sterben immer zu viel und nehmen einen mit. Das ist nicht sehr toll. Also so gewinnt man das Game. Wir pushen uns alle Lanes. Scheiße, Irelia. Ich hasse diesen Schaden. Oh, der spielt eh keiner mehr. Läu. Diese Läufer 6. Tschüss, üff. Ach ne, Irelia von den Tisoren noch. Ich, ich weiß nicht, ob der S-Rail tot ist, ich glaube, aber ja. Ich hab ihn genauso bepaulert in hier wie die Fotze. Weee. Entschuldigung, aber ich kann Irelia auch nicht leiden. Da stimme ich Lupus komplett zu. Ihr rennt jetzt vor uns weg, oder was? Best Flash EU. Oh, leih. Keiner kriegt ihn, das ist doch wohl für alle drauf geschlagen hatten. Tötötötötötötötötötötötötötöt. Ja, da kann sie auch, ey, ein Damage Over Timework trotzdem. Er ist hier zornig. Ich glaube, ich geh mal weg, ich hab keinen Mana mehr. Wir können dir auch den Blue-Buff geben. Aber egal, geh mal weg. Ne, kannst du dir nehmen. Nur du brauchst den genauso. Ich brauch erstmal was für Gleichführung des Bede, ich bin zu flammt. Mal so, was wolltest du dir als nächstes bei Nuno kaufen? Mal so. Wie wär's mit Realized Crystallsepter oder World of Ages, damit du ein bisschen tanky wirst und in der Ulti nicht gekillt wirst. World of Ages ist jetzt ein bisschen spät, oder? Naja, bauen kannst du es dir eigentlich jederzeit. Kommt eben drauf an, ob du das Gold-Lapber direkt hast. Sagt ja schon der Name des Light-Terran machen. Ne, lauf nur so rum. Dann würde ich immerhin noch einen Rileys empfehlen, weil... Du brauchst auf jeden Fall viel Leben, wenn du deine Ulti komplett machen willst, ohne zu sterben. Die Ulti bricht eigentlich eh die ganze Zeit immer irgendjemanden ab. Wir nehmen ja erst die eigentlich für den Arsch. Okay. Oh, cool, das hat man nicht gefokust. Fiora, okay. Jenna, geh weg! Der stirbt sowieso, geh weg! Ja, das bringt auch nichts mehr. Oh. Jetzt bist du auch tot. Doch nicht. Ne, Jenna hat 431 gespielt. Ich glaube, die kommt weg. Mhm, okay. Glück gehabt. Pass hier und meine W. Ja. Kriegt mir insgesamt schon 90, oder? Ja, 90% Movement Speed. Awesome. Brilliant, scheiße. Wieso werde ich immer gestunnt? Warum bleibst du da überhaupt stehen? Ja. Wenn ich so lange wieder gestunnt werde. Wieso werde ich immer gestunnt? Die hätten euch locker diven können. Ich kenne mal so. Ach. Lol, wow. Was geht denn da ab? Alter, ist Starla late. hua also die stauben jetzt unterm blu ab der ist doch gar nicht da da wollen sie aber wir wollen sie wir bräuchten jetzt mal ein paar war wie sieht es aus ich hab noch zwei normale event dann plant ihr die machen gut und ja die machen ja das kann es doch nicht mehr so das kannst du nicht mehr verändern sollten wir zum nächsten streben machen kann ja alleine machen das sollte einen nur schaden ich würde dir sagen alle gehen jetzt in die base weil die werden jetzt versuchen das zu verhindern die gegen topf haben okay ich hätte irgendwie gedacht dass wir so ein baron haben mit noch hier in saal ist und wollen einfach nur vernischen Ende es fehlt mehr gold mein riesengürtel ja eigentlich sind die aber irgendwie so ein bisschen für den arsch weil man hat keinen baron um hier seine eigenen buffs zu holen aber naja egal die nutzen die halt so richtig aus ist doch cool aber so lange könntest du mal ein paar wars herstellen ich hab schon 3100 leben und stepp trotzdem so schnell das ist irgendwie nervig aber traurig mhm dazu noch 129 rüstung alter geht auch weg lol hat die dinge ins kirchen da ist ireia mit was hat die mich gerade aus der entfernung getötet meinst du hier ja oder ja die hat ihre ulti diese messer die sie vorhanden hatte die glaube ich aber nicht an diese ganze diese ganze stelle die hat gestürzt klinge des gestürzen königs genau so viel slow nun nur slow die ganze zeit jenna slow dann wirft hoch was wollte er denn ja aber ich time das viel besser und dann können wir gar nichts haben ich hab da war einfach nicht slow der irelia ist tanky as fuck mhm was oder bist du schon rausgegangen die einfach nicht sterben irelia ist tot hurra hurra der tot ist da ich glaube sowas sollte ich mal öfters sagen ähm entschuldigung den wollte ich nicht stehlen ich wollte euch ja jetzt helfen aber ich musste deffen sorry kann irgendwer botland deffen dann mache ich oder du machst top ich mach bot das ging schnell na ist doch gut down tom 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 wop wop woppa 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 Fiora, aber die halten halt auch zu viel aus hier. Die Affen. Ich finde ja nicht, dass Fiora wirklich was ausseilt. Also, sie macht ordentlich Damage. Aber viel mehr auch nicht. Ja, schön mal so, schöne Sache. Muss ich sagen, also echt der Hammergote. Ich bin der Mann vor dem Marco retten. Die stirbt nicht? Doch, da ist sie tot. Ich bin Fiora. Ich bin Fiora. Da, ich glaube, du wärst gerade weggekommen. Na, okay. Ulti. Oh, Lack. Ui. Seit wann macht der Tower die Wards nicht mehr weg? Hallo? Ich glaube, der hat die noch nie weggemacht. Natürlich hat er die weggemacht. Nein, weil dann könnte man immer Backdoor machen, indem man sich ein Ward dahin stellt und der tankt dann den Tower. Hä? Spinne ich das? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Tower ein Ward weggemacht hat. Okay. Dann höre ich wahrscheinlich gewaltig. Der Tarek, der hat auch Geld getankt, ja. Und die, und die des Manors aus. Egal, ich kenne ihn trotzdem und habe einen Double Buff, also kriege ich gleich wieder Mana. Nichts. 32, 35. Leute, anstrengend. man könnte jetzt wieder worden ein bisschen die waren ja gerade gut tot ich habe natürlich keine wards dabei ich mach schon mal ein bisschen machst du mal direkt schon nicht, ich habe flash 441 speed ich sehe das beste an jenna das musst du dir mal mit stiefel der beweglichkeit vorstellen mach ich sonst auch meistens ok wie viel hast du da ungefähr 600 ne 600 nicht weiss nicht meistens kaufe ich noch ein sege seo dann habe ich eigentlich genug cooldown reduction soo bisschen rüstung für fiora und irea die barren oder was? ich fängte barren easy entweder die locken uns oder die fangen die fangen doch schon mal an ja guck mal hier hinten was macht der gargas denn für einen schaden aborten ja 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 slow slow seine ulti allein hat mir 35% Leben gezogen hast du schon weg? er ist so dritt nicht schafft in irelia krass ja weil die einfach so tanky ist die kriegt keiner da oben mit auch durch ihren live speech da mit ihrer b gegen irelia hast du einfach keine chance mehr wenn die gefeated ist ich glaub wir haben grad gegen es wie einfach keine chance was ist das wie ist heute nicht so unser tag schön war so ne heute ist überhaupt nicht unser tag guck dir doch die scheiße hier an ja die finishen des dinges vierer macht noch eben solo baron ja das tierst kann ey weißt du was ist mit dem spiel los hm ist doch wahr die ganze scheiße ist umbalanzt umbalanzt? er ist einfach ne scheiße gespielt er ist einfach ne scheiße gespielt wer denn? ich hab generell im Positioning bestanden wie alle gerade nicht leider aber naja jetzt hab ich wenigstens mal einen Nunu im Jungle ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen ähm wir lernen auch aus Fehlern ihr seht wie man es nicht macht ich glaub ich guck mir das Spiel im Nachhinein nochmal an und guck was da alles so falsch gelaufen ist mit dem mit dem Positioning wie der Masu grad schon sagt also wir sehen uns morgen wieder bis dann haut rein tschüss tschüss